zählen was 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 du hast doch gerade gesagt dass noch was übrig geblieben vor deinem Nachmittag und dat haust du dir jetzt weg wer will der dat glauben weißt du dann sagt er ich ess immer noch an mein Toast wie viel ist denn da übrig geblieben? naja ich dachte also als er da plötzlich mit 8 Toasts angelaufen gekommen ist neun neun okay jetzt sind es mittlerweile schon neun da dachte ich mir schon neun Scheiben neun Scheiben passen auf Blech drauf was denn so Hawaii Toast oder was boah geil ich mag keine Andanas mögt ihr Andanas? ich sag mal die Tomate drauf also ganz ehrlich wer Andanas auf der Pizza erfunden hat gehört besteinigt ja boah ich mag Andanas nicht so eklig das ist so boah ich mag es so also ich muss jetzt mehr zur Kompensation von der Nachmittag zurückkommen okay mit gar nicht gesuche ich nicht ich mag Andanas auf der Pizza ihr nicht ja gut das ist gut okay was mag was mögen wir auf der Pizza nicht? flexi sorry aber ich habe so ein bisschen das Gefühl der Typ der das erfunden hat war schon fertig der heißt auch Andanas wenn du herkommst hieß eine Andanas wenn du herkommst ja da du Christ von mir Andanas geschnitzelt ist das wüsste ich ja mal das kannst du alleine essen und ich frag meinen Nachbarn ob er mir die Vogelspinne ausleiht ja dann fahr ich sofort nach Hause ich bin ja gerade ein bisschen überrascht wie nahe ich an Flexis hintendran bin ja weil ich total scheiße fahre weil ich hier im Meer und quasi noch im Chat auch noch am gucken bin gleichzeitig ja jetzt wieder deine Leistung deine Leistung runterschrauen damit meine geschmälert wird ja natürlich ja gut jetzt kommt es natürlich auch ran wegen dem Windschatten dann auch ein bisschen ne ach jetzt ist deine Windschatten schuldig ja natürlich klar du musst eh gleich einen Fehler weil du nervös bist wie solltest du nervös sein weil du mich überholen willst ich bin gerade perfekt durch die Kurve gekommen du du bist ja noch ich bekomme von allen Früchten sauren Magen denn ich habe eine Fructurentoleranz eigentlich von allen Früchtchen du Früchtchen Kokos ist besser als Ananas ja das stimmt da hilft Sahne und Schokoladen bei uns ist ja momentan Kirmes ne und ich muss ganz ehrlich sagen auf der Kirmes nein ich schaue es nicht nein ich schaue es nicht ich habe die Post überholt ne schöne halbe Kokosnuss so ne Scheibe boah lecker boah da fresse ich vier von ja ja erotisch hab noch nie PvP gespielt das sehe ich jetzt zum ersten Mal achso ok sehr erotisch ja sehr erotisch schreibt er ja wir sind voll erotisch du zum Wohle dann weiß Flexchen aber du ja sehr erotisch zum Wohle ja zum Wohle du animierst mich nur zum Frieden Prüsterchen erstmal ne ja und willkommen zu Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer jeden Freitag in Samstag 20 Uhr gibt's die LPLS jetzt schon seit fast anderthalb Jahr ob ihr's glaubt oder nicht ey Alkohol muss in den Mund nicht an den an die Backe du was war da gerade irgendwie für ein Wunsch Rallye oder war da drin äh oder war da oder irgendeine leere Lobby leere Lobby ja abwarten geh mal raus machen neu hätte ich gesagt abwarten abwarten und Tee trinken nein ich will noch wählen warte so wir sind alles noch da Borussiana ist da Degi ist da Kamero Destiny ist da Söckchen wird bestimmt noch da sein Söckchen ist da Rocklander ist da Zevi ist da Thorlas ist da Marvin ist da der Lautz ist da Lautso Gamerthix ist auch da aber schon faszinierend wie die Chatliste im Stream richtig nachhängt ja nicht nachhängt die geht gar nicht mehr da hast du nochmal kurz nachgerutscht nee und Flexchen habt ihr das mit dem Vinyl hinbekommen weißt du wie lange das her ist ewig ja seit der Pippi und Pumpo Pause ja äh ihr könnt jetzt gewinnen wenn wir alleine bleiben weil äh wie gesagt ich bin ja schon Stufe 2 da kann ich ruhig hinten bleiben oh ach ist er wieder nein der ist so gönnerisch aber jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei mit Gewinn weil wir jetzt einen 2 in der Lobby haben äh der ist so gönnerisch der kann so gönnen der Flexi das ist unglaublich der kann gönnen kann er von Herzen gönnen mein Sohn geht jetzt zur Sonderschule ja warum nicht wenn er das Zeug dazu hat oh Mann ey so Daniel äh Banane ist eigentlich heute mit äh Magical Lyrics gewesen und Silence wollten die heute nicht kommen wollen die heute die sind verhindert die sind verhindert im Stripclub im Stripclub sind sie verhindert nein da nehmen wir dich hin Ende August geil ja ich hab da kein Problem mit wir haben übrigens abgestimmt du zahlst die Getränke ja äh ok wenn ich so lange aber so lange ihr nicht so lange ihr nicht abgestimmt habt dass ich strippe ist ist alles ok obwohl macht mir auch nichts aus nein 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 das macht hat Steiler dann das macht Mr. Latino macht mir auch nichts aus nein ich fahr gegen den Baum nein du magst doch Bäume du bist doch Crude ich bin Crude ich bin Crude äh ey scheiße scheiße wir liegen hinten die scheiße ja ich dachte das wären Strommasten die umfliegen wir liegen hinter Mädels das ist mir klar Mädel oh die freuen mich auf der Kau oh die freuen mich so kauf ja ich auch ich auch ich auch ich auch deet 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 da machen wir schon LPLS und Tour und wir machen und wir machen noch einen Stream machen wir auch noch oder nicht ja klar Rheilie 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 Stunkel. Stunkel! Und dann darfst du leiden. Genau. Schön Outlast. Ey, Daylight. Ohne Scheiß. Daylight darf er spielen. Das hat er nämlich noch nicht. Und wie rein wird es die Hände nebenan? Leiden tue ich. Banane sitzt dann in der Mitte. Und René und ich sitzen dann außen so, um ihn in Schutz zu nehmen. Und dann wird der ausflitten. Und dann kommen dann so Geräusche von hinten so wie... Hey, Flexi. Ja? Ich hab ne 5.1 Audioanlage. Jaaaa! Die kann ich da schön perfekt einstellen, dass die hinter dem Box so schön laut sind. Ja gut, aber wir nehmen ja eh Kopfhörer mit. Von so an. Doch Daniel! Bisschen Outlast und so weiter, schreibt Säckchen. Aber nur wenn du zukommst, unter der Bedingung. Ja. Warte mal. Ne, warum hab ich dann auch da? Pop out. Den Chat erstmal trennen. Genau, ich will den Chat jetzt links haben und nicht rechts. Genau. Oh, ich ist doch nicht links. Rechts! Ich hab den links. Oh, ich freue mich, das wird so lustig. Ja. So. Live aus Frankfurt. Frankfurt. Ja. Wohlbemerkt Frankfurt am Main, nicht Frankfurt Oder. Die Let's Play Live Show. Denn im 6. August Wochenende ist in Frankfurt das tolle Museumsuferfest. Also wer in der Nähe von Frankfurt wohnt und auch dort hingeht. Prost zusammen. Vielleicht auch ein schönes Fan-Treffen. Da gibt's Fan-Treffen. Ja. Was denn Frankfurt? Frankfurt LPLS-Fan-Treffen. Ja. Wer dort in der Nähe wohnt, kann uns ja gerne besuchen. Und Baladenrot. Ja. Wir sind in Zelt XY dann. Zelt XY. Ja. Da wo die beste Laune am besten ist. Weil da gibt einen Effekt hier auf die Bühne. Da wo es, sagen wir einfach, da wo es am lautesten ist und wo die Besoffenen alle sind. Da werden wir stehen. Ja. Die die Arme am weitesten nach oben geschränkt haben, das sind wir. Ey, wisst ihr was? Wir kaufen uns so LED-T-Shirts, wo steht LPLS-Crew. Ja. So. Die Straße. Ich schreib auf meinen vielleicht Banane. Ja, genau. Auf dem Rücken Bananenbrot. Du siehst schon aus wie eine Banane. Von daher brauchst du es nicht aufschreiben. Ich bin Herr-Bananenbrot. Ich bin Herr-René-Ninchen. Und ich bin Reflex. Oder Flexi. Bei dir steht dann so die Liste mit den ganzen Spitznamen. Hallo Popokop. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Der Chat funktioniert hier unten nicht. Also nicht wundern. Ich guck aber trotzdem in den Chat. Ich seh den hier. Der da. Genau da ist der Chat nämlich. Lange nicht mehr gesehen. Ja, aber doch wiedererkannt. Am besten dann die Anlage voll aufdrehen. Und über das AUX-Kabel streichen. Ohne Scheiße. Kein Problem, Daniel. Ich guck dann ohne Unterbrechung. Der Chat ist kaputt. Also für meine Anlage muss ich sagen, als ich das letzte Mal Battlefield gespielt habe, da kam der Nachbar aus dem vierten Stock runter. Mein alter Opa hat mich gefragt, ob die Russen da sind. Ja, sind sie da. Hätt's doch gesagt, ja, aber auf meinem Bildschirm. Der ist dann mit Pickelhaube und... Ja! ... ... ... ... ... ... Schön mit Klappspaten in der Hand, weiß und Helm. Darf ich mitmachen? Hey! Ihr Sack bringt mich so zum Lachen. Ich kann nicht mehr fahren. Aber ich kann den Haushalt nicht mehr fahren. Schön mit Kalashnikov unterm Arm, ey. Ich bin in viertel Minuten wieder da. Okay. Boah, jetzt sind die Fraktionsmissionen... Jetzt sind die Fraktionsmissionen erst zu Ende, ey. Warum geht er denn nicht in den Beobachtungsmodus? Jetzt verliert er gleich... Oh, nee. Jetzt verliert er Punkte. Nee, aber was wollte ich sagen? Schön mit der Kalashnikov unterm Arm. Er steht da vor der Tür der Opa... Was ist denn da los? Sind die Russen da? Ich komme. Achso, alles klar. Ja, Popokop. Wie gesagt, ich sehe den Chat auch. Ich muss mal so ein bisschen so einen kleinen Blick nach rechts werfen, dann sehe ich den Chat. Ich könnte normalerweise eigentlich auch Vollbild machen. Nur mit Kamera, weil der Chat eh nicht funktioniert. Soll ich das gleich mal machen? Weil dann nur mit Kamera und so? Weil Chat, wie gesagt, funktioniert eh nicht. Ah, ich verstehe Banane jetzt. Ich weiß, was los ist. Was denn? Was trinken? Nein. Was? Sagen wir mal, was das Trinken wegbringt. Oh, ich denke Baumfest. Unten oder oben? Hahahaha. 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 Joaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaala Was wollte ich denn sagen? Ne, kommen wir nochmal drauf zurück. Es gab damals auf dem, ich glaube auf dem N64 oder so, gab es, glaube ich, Hot Wheels damals, ein Rennspiel. Boah, voll geil, ohne Scheiß, das war richtig cool. Es gab sogar damals den Hot Wheels Racing PC. Ja. Das war so ein Computer, ein Hot Wheels Optik. Ja, mit der Schlamme. Schweineteuer war das Ding. Ja, Schweineteuer war das Ding. Und da lief vorwiegend nur Hot Wheels drauf. Ja. Wenn man halt so ein bisschen PC-kiffig ist wie ich, hat man auch andere Spiele zum Laufen drauf gefilmt. Aber die Stream-Qualität ist jetzt echt Bombe, hätte ich nicht gedacht. Ja, sehr gut geworden. Und das noch für ein Multiplayer-Spiel, ne? Ja. So. Ja, willkommen zur Let's Play Live-Show an alle neuen Zuschauer. 16 Stück, mein Gott, seid ihr wahnsinnig. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Vielen, vielen Dank. Hello and welcome to the Let's Play Live-Show. To all the people. Viele haben ja Gott sei Dank morgen frei. Aber ey, vorhin bei Wanda, ey, 70 Leute. Ich flip aus. Überleg mal, 70 Leute gehen gar nicht in meine Bude rein. 83. Oder 83. Ging gar nicht in meine Bude rein. Da bin ich immer noch euch tausendfach dankbar, dass ihr alle da wart. Seid ihr denn verrückt? Ja, wäre mal was anderes. Was? Ja, jetzt hat er Cold Wheels. Das stimmt, Borussia. Jetzt hat er Cold Wheels. Aber wie gesagt, äh, mit Wanda bin ich auch immer noch dankbar, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr zugeguckt habt. Werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Auf jeden Fall. Ne? Hier in der LPLS. Ihr könnt mich auf hätten. Ne? Facebook oder YouTube, schaut einfach mal vorbei. Reflex GER. Schreibt der Nightbot ja zwischendurch mal. Äh, Werbung. Das ist mein YouTube-Channel. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob der Nightbot die Timers eigentlich aktiviert hat. Hat er die eigentlich am Laufen? Das ist Running, Running, Running. Äh, Custom Commands. Home. Ja, müssen wir eh rausgehen jetzt, ne? Ne, ich muss mal kurz, ähm, telefonieren. Machen wir mal kurz eine Zigarettenpause? Ja, ja, machen wir jetzt eine klitzekleine PP- und Puppepause, Schipselpause, Trinklpause, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Falls ihr die Let's Play Live schon unterstützen möchtet, könnt ihr es gerne tun. Ist kein Muss. Äh, aber irgendwie ist der Nightbot, glaube ich, nicht mehr im Chat. Kann das sein? Aber jetzt ist er... Nein! Ach, jetzt mal, wenn nicht, auch noch einen Stream. Oder zumindest, äh, meine eigene Übertragung. Ist denn der Chat noch? Der Chat ist noch da, ne? Genau. Was wollte ich denn sagen? Äh, hallo? So, jetzt aber. Genau. Ist kein Muss. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne machen. Müsst es aber nicht. Ähm, ja, Let's Play Live schon könnt ihr gerne unterstützen. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es jetzt eine klitzekleine Pause. Dann geht es gleich. Ich bin gespannt weiter bei der Crew in den P4P Lobbys. Und ich hoffe, ihr seid dann immer noch mit dabei in der Let's Play Live Show. Also, bis gleich. Und ich bin gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ratatatata, mehr sage ich nicht. Wo sind sie denn? Bitte klärt mich mal im Chat auf, wenn das möglich ist. Klärt mich mal bitte auf. So, da bin ich wieder. Wo wart ihr? Äh, pipipipopo rauku-Pauser. Ach so. Hi Spooky. Hallöchen. Wunderschönen guten Abend. 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 Boah, das eine kann ich noch an der Hot Wheels in dem Rennen schon an der Setze sehen müssen. Okay. Da fühl mich ram, dreht sich etwas seitlich. Ich ram den genau hinten am Heck und der dreht sich. Ich guck nach hinten, richtig wie im Bummkreis. Brrrr. Und dann hat er das Event verlassen. Super. Hm. Komm gleich wieder, brauch mein Handy. Jo. So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. So ein Bot war nicht mehr da, so aufgeklärt. Genau. Hi Spooky, ich grüße dich. Willkommen zur LPLS. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und passend, ja, zum Thema gerade, also zur Let's Play Live Show zum Spiel, wird das jetzt gleich getrunken. CMT30 Kopfgetriebeöl. Nein, das hast du. Ja, sicher. Ich habe noch die eine volle und noch eine angefangene. Zum Wohle. Zum Wohle. Ähm, Plekti. Nicht in den Motoren reinkippen. Das Kopfgetriebeöl. Hätte ich jetzt auch gerne da. Davon kann ich eine Flasche am Abend trinken. So. Mir ist gerade was auf dem Balkon eingefallen, dass ich eine Rauchen war. Ja. Und zwar, ich muss hier noch einen dicken, fetten Aushang und unten ein schwarzes Brett hängen. Das wäre. Dass wenn man dann ein schreiendes Mädchen hört, dass das nie, dass das Banane ist, wenn wir Horrorspiele spielen. Oh ja, ganz wichtig. Ganz wichtig, genau. Weil nicht, dass da dann irgendwie... Sollen wir noch einen Link drunter setzen, dass man zugucken kann? Ja, weil genau, wollen wir noch einen Link drunter. Da könnt ihr gerne zugucken, wenn ihr das schreiende Mädchen hören sehen wollt. Hören nicht hören wollt, sondern hören und sehen wollt. Da werde ich wahrscheinlich dann Daylight spielen müssen, aber der Nachbar von oben hat wieder Besuch. Genau, genau. Nicht Kackensack renten, wollte ich. Hast du die Knitterfalte nicht gesehen? Obwohl, auf so eine Runde Daylight oder Outlast hätte ich auch mal wieder richtig Bock, bin ich ganz ehrlich. Ich bin sehr gespannt, ob Outlast 2 auch jetzt irgendwie demnächst mal irgendwas angekündigt wird. Also ich werde mir keinen Trailer angucken, aber wenigstens nur... Also angekündigt ist es ja, aber dass wir vielleicht schon wissen, Release-Datum mäßig oder so, weißt du? Das wäre schon geil, weil da freue ich mich so sehr drauf. Da lasse ich alles stehen und liegen für Outlast 2. Zinex, ich grüße dich, moin! Kurz vorm Losfahren noch Sprit getankt, genau! 10T30 Kopfgetriebeöl. Bist du Mann oder Memme? Prost. Das, äh, ich... ...würden mich da, äh, rein aus Bosei. Aus Bosei. Ja, eine andere Kategorie. Stufen. Ihr dürft euch auch freuen, denn die beiden Kollegen hier, mit denen ich gerade rede, den Herrn Bananenbrot und den René, die werden sich nämlich auch Farming-Simulator holen und dann werden wir das im Multiplayer auch streamen. Da dürft ihr euch riesig drüber freuen, das wird richtig cool. Nein, du hast meinen Bagger geklaut. Ich hau nicht. Das wird richtig cool. Oder Maschine, genau. Wir sind halt der Chaotentrupp. Der Narek ist da. Ah, 867 Performance Stufe. Aber warum gucken die Reifen so weit raus? Der darf so gar nicht fahren. Hallo? Guck dem an. Die Reifen stehen außerhalb des Kuhflügels. Der darf so nicht fahren. Ist illegal. Und die anderen beiden Stufen sind auch nicht gerade besser. Schon wieder ein LaFerrari. Entschuldigung, es mag ein schnelles Auto sein. Da ist der Psycho Stufe 1 bei Bronze. Don't forget I clear the area. Ich schau mal eben die Fahrer-ID. 45 von 100 Punkten. Ich schau mal eben bei den Fraktionen. 28 Prozent, 32 Prozent. Die Bern am 28. An der Westküste. So langsam wird's. Boah, ich krieg 140.000 krieg ich jetzt. Straße ohne Zusammenschöße, ohne Verkehr. Ein Stück vom Apfel-Ausscheidung. Ey. Das machen wir Jungs. Und dann wählen wir das Event aus. Du wolltest die Leiste wegmachen. Ah ja, stimmt. Ich beile mich ganz schnell. Ich beile mich ganz, ganz schnell. Drei, zwei. Nein, 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 nein. So. Aber das Bild ist ein bisschen groß, ne? Kann das sein, dass es jetzt zu groß ist? Ich kann's doch kleiner machen. Wenn's für euch okay ist, ich kann mich auch links... Das hört sich pervers an, aber gut. Ja, kleiner geht immer. Warte mal. Das ist ein bisschen groß, ne? Machen wir mal mittel. Machen wir mal, äh... Unten links. Ne, machen wir mal unten rechts. Das ist, glaub ich, besser. Icledi Area... Da bin ich. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ich glaub, unten links oder ist oben rechts besser? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal eben ganz schnell nochmal... Ganz schnell, bevor es losgeht. Sag mal mal eben, wenn das Rennen losgeht. Uah. 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 Drei, zwei, eins. Risiko. Ciao, Mädels. Macht's gut, ihr Trottel. Boah. Bei mir hat das Spiel gerade gehangen. Uah. Narek, 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 narek. Ist mir egal. 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 Ist mir sowas von egal. Es wäre schöner, wenn alle gleichzeitig singen und das nicht in Kanon endet. Das wird nicht klappen. Weil das Lied ist nicht... Das Lied ist nicht Kanon fällt. Das wird aber nicht klappen. Weil die Versetzung... oder die Unterbrechung durch Skype und alles und so. Bisschen zu lange dauert. Dann können wir das aus Bud Spencer. Okay, warte, 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 warte. Wir machen das ganz einfach so. Wir beiden singen... Ich mach die Frauenstimme. Okay, dann singen wir beide, René und ich, bo, 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 okay? Wir fangen an und dann anschließend setzt dann irgendwann Daniel ein, okay? Machen wir das so? Ja. Okay, dann fangen wir jetzt an. Auf drei. Eins, zwei, drei. So. So. Die Übertragung wurde beendet. Was ist los? Wie, die Übertragung wurde beendet? Nein, kann gar nicht sein. Nein, die wurde nicht beendet. Nö, perfekt. Können wir auch was anderes singen? Warte mal, doch, ähm... Sag mal, von wo kommt ihr... Nein. Sag mal, von wo kommt ihr denn her? Mit dem her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Sind dort alle so klein wie ihr? Ja, hier sind alle so klein wie wir. Ich kann nur, nur halt, die Otto verarscht auswendig. Okay. Oh, Mann. Was geht's denn noch so ein Lied, was wir singen können? Wir müssten eigentlich... Ey, kennst du, kennst du Summer Wine? Das hat eine Frauen- und eine Männerstimmung. Ja, aber ich kenne das, aber ich kenne das auch nicht auswendig, aber ich kenne das... Oh, mein Englisch ist geschissen. Ja, ich weiß, aber ich kenne das nicht auswendig. Ich bin gerade kurz am Erleben. Ja, Mann, was rote Pferd? Ich einfach umgekehrt. Ich hatte deinen Schwanz, die Fliege abgewehrt. So, willkommen zur Let's Play Live Show und zur Gesangsstunde. Zur Karaoke Party. Genau. Boah, ey, Mama, ernsthaft, ich muss hier im Streamer ein bisschen Werbung machen. Sollte Guitar Hero streamfähig sein, werde ich das sowas von ausgeben. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das wäre so genial. Ja, aber ich glaube nicht, weil... Weil alleine Sings da schon auch nicht geht, weil wegen den Gamer-Richten. Ich wollte gerade sagen, liebe Leute, seid froh, dass Sings gar nicht streamfähig ist, obwohl die die Banane ständig beim Singen erleben. Und das wollt ihr nicht. Aber hey, ich hab SingStar auf der PlayStation 2 immer gewonnen. Auf der PlayStation 2. Ich auch. Volling mit 4 Ringer. I just wanna know what love is. Oh, ganz so viel. Wenn ihr kommt. Spielen wie hier SingStar. Ja. Meine erste SingStar-Wertung, also meine beste, habe ich bekommen bei Ring of Fire. Ohne Spaß, ich bin aber echt am überlegen, ob ich dieses Video jetzt hier von dem Stream auf YouTube hochlade, weil das ist so geil. Das ist so cool. Die hat den Mutter hochladen. Und scheiß, das ist so cool. So, teilt die. Überdies und das. Open End. Ja, auf jeden Fall. Also, sei, habt ihr heute noch, habt ihr euch auch als Vorliebe zum Schauer, dann bleibt hier, denn hier ist das richtige Programm für euch. Nein, du machst durch und stehst dann gar nicht erst auf, sondern du bist direkt wach und pläst dich dann nachmittags pennen fertig. Okay, machen wir.